Die Verleihung des Büchnerweißen Erich Kästner Das ist der Präsident der Akademie. Wir bereichen jetzt die Urkunde für die Verleihung des Büchnerweißens. Leider sind natürlich in diesen Filmen sehr viele Menschen, sehr viele Leute zu sehen, die heute nicht mehr unter uns sind. Insofern sind Sie auch Herrn Eppelsheimer, den Direktor der Deutschen Bibliothek, Herr Reiber, beider Mitglieder des Vorstandes der Akademie für Sprach- und Dichter. Hier bedankt sich nun Erich Kästner für die Ehrung, die er empfangen hat. Herr Prof. Wagner, der Dichter Borei, Karl Friedrich Borei, der auch in Darmstadt lebte.